jo leute was geht ab und willkommen zu meinem video auf meinem kanal heute schon das dritte zweite ich glaube dritte oder zweite video leute wir haben gerade so einen fetten stream gemacht leute gönnt euch den stream der ist auf jeden fall auf meinem kanal 4 stunden und 20 punkten gestreamt also ich hab ich also 4 stunden 20 das ist hart also es war der längste stream jetzt in meiner karriere leute morgen morgen los ich sage euch nur mit 8 stunden kommen ich werde rein in die euge kommen backen sind schon rot ich werde gleich so pennen leute ich bin so müde leute ich wollte auch ein video machen leute mal gute nacht sagen ja leute und ja es hat spaß gemacht leute ihr habt richtig gut mich unterstützt leute und ich würde einfach mal danke sagen leute leute also ich finde euch eigentlich ganz cool weil ich zeige euch wir haben heute warte warte leute leute rein in die euge vor ich ja hier sind ihr vielleicht vier stunden 20 minuten hier vier stunden und zwar zu welcher nicht ob das sehen kann aber ganz ok leute ich glaube es war sogar das längste das ist richtig gut da bei euch angekommen ich will auch vielen dank noch sagen leute es ist einfach richtig gut leute jetzt können euch mal das vorige video ich versuche immer zu dem schule oder so ähm könnt euch mal das video und da guckt mal mein gesicht das war viel weicher und so und jetzt ist es einmal so rot wegen ähm ähm äh das ist zu krank ja leute also leute ich sag nochmal vielen 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 dank leute ich werde jetzt auch schön leute ich werde nicht wetten leute hier bett mit ruck und ananas leute und leute habt ihr auch vor schicken ich verkleine mich als polizei leute ich will euch alle die ehre nehmen ja so ja so ja so ja so ja so ja so hoffentlich leute schönen tag noch ich wünsche euch eine gute nacht leute es ist zum glück nicht mehr windig zeigt heute bin ich ja froh leute und ja leute ich sage 20 tausend krieg 20 tausend krieg das ist meine lieben leute für die zeit am start ja doch für die zeit für die zeit kreis ähm gönn euch leute msjör hehehe ja leute ich hoffe euch heute noch einen schönen tag leute ich werde jetzt auch ins bett gehen leute ich bin so ich kann einfach nicht mehr hier tschür mit doppel Öl schreckt die schweizen, Junge, ich will zocken, das war ein Witz für ins Bett, Leute, nein, ich habe gar nicht getippt, nein, Leute, kennt ihr Kicktipp, kennt ihr vielleicht, der Fußball-Tipp, ich habe heute gar nicht getippt, nein, ey, ich bin so lust, Digger, warte, ich tippe schon, Leute, ich tippe schon, ich sage euch, ich weiß hier, einmal Regensburg, Wiesbaden, 2-0 Regensburg, Hannover gegen Hamburg, 1-2 Hamburg, also ich glaube, Hamburg wird auch dieses Jahr machen, führt 0-2 gegen Bielefeld, Osnabrück 1-1 gegen Karlsruhe, oh mein Gott, 4-0 für Dortmund, Aue 2-1 gegen Kiel, 0-0 bei Darmstadt gegen Sandhausen und 1-2 bei Bochum gegen Stuttgart, so, jetzt muss ich noch 1. Liga tippen, so, auf Easy-Beasy gespannt, Leute, das lese ich jetzt nicht vor, sonst ist meine Stimme heute auch noch weg hier, na, Leute, ich habe heute fast gar nicht geredet, Leute, es tut mir auch richtig leid, da ich in Zügen fast nie tippe, ähm, äh, da ich in Zügen nie rede, Leute, es tut mir im Herzen leid, ähm, ich habe heute nicht so viel Zeit, Leute, nein, was heißt Zeit, also ich rede nicht so gern, weil meine Stimme öfters weg ist, aber es wird in den nächsten Jahren, wird es schon wieder gehen, Leute, ja, wenn ihr euch einen schönen Tag oder trauen, Leute, und ja, schön doppel Hau, ein, Liga, I, C, P, C, B, Leute, als Tabelle der 1. Liga, so, Leute, als Dortmund-Punkt ist gut, als Dortmund-Punkt ist richtig gut, Leute, aber Bayern, Frankfurt, Frankfurt ist wirklich schlecht, das braucht man nicht sagen, aber ist so, ist so, Leute, ist aber so, wer hat eigentlich Tore gerade gemacht, also, in Champions League muss ich auch mal gucken, da habe ich gar nicht geguckt, da habe ich gar nicht, ist das schon die Runde, ist das schon die Runde, Bayern hat alle Spiele gewonnen, so, warte, ich gucke jetzt mal, wer die Tore, ja, alles gemacht hat, Leute, jetzt, ob ich jetzt da nicht drauf tippe, leck mich am fetten Arsch, Alter, warte, ich jetzt, 4-0, weil, Leute, ich gucke mal schnell, ich gucke mal schnell, wie viel, ähm, welche Tore Dortmund gemacht hat, ich glaube, Haaland hat 2 gemacht, da habe ich nur 1, Reus 1, 1000 Euro, Liga, bei Reus bin ich mir sicher, vielleicht Haaland, vielleicht Brand, kann auch sein, Brand, das Brand ein Tor geschossen hat, 0-0, Pauli gegen das 0-0, Haaland hat auf jeden Fall, ja, die Geist war, wer hat, oh mein Gott, die 33 Minute, Piszczek, hat 1 gemacht, Sancho und Haaland, ok, Haaland hat das dritte gemacht und Geriro, Haaland, Sancho Piszczek, aber ich hatte Haaland und Sancho, richtig, aber dabei Reus, ähm, und, was habe ich gesagt, Reus und, Reus und, habe ich hier ruhig was kann ja okay leute in welcher minute ist gerade er ist aber bald auch schluss aber drehst du nur schon enttäuschen aber kein bräuch habe ich gehört der war richtig gut im tor leute ein spaß habe ich hier hat gesehen hier bescheiden also die als ob der so gut war no log alter hat man nur mit 22 ok der werber bester spieler ist konstanius marfa bonus von nürnberg ok ich bin raus was für name tschüss leute ist was mit dem video schicht als ich das beste spieler junge ja spieler juni sagen die polizei die geist wusste ich verhaften leute okay ihr wisst bescheid rein in die olga rein in die fette neue leute also die geist ganz ehrlich auch die meine klasse die nervt so hart die schreibt tausend nachrichten bruder es komme auf mein leben nicht mehr klar ich hatte meinen händen schon lange nicht mehr weil ich schon gar nicht mehr geladen habe ich bin so müde 22 10 ich weiß gar nicht warum ich ein video macht also morgen kommt auf jeden fall noch ein rätsel video mein gottige krasse scheiße das war's mal wieder kommen würde und ja so die die anrufe wieder so morgen hat mein bruder geburtstag und ja das ist ja montag geburtstag so noch ich werde das ausmachen leute ich gehe jetzt ins bette jetzt kann ich schalab vielleicht ich lade das video hoch dann tschüss mit der welt hier tschüss mit der welt hier tschüss ich will das nicht machen sonst kann ich keine switch mehr auf dem fenster spiel aber leute geht euch dun 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 die schmecken so lecker leute ich esse jetzt ich schüchte euch an leute warte warte ihr cola leute jetzt trinken die meisten cola kinder am abend cola ich darf auch am abend keine cola trinken leute ich darf auch am abend keine cola mehr trinken oder blablabla eu Säure! So! Jetzt kümmel mich um! Schönen Tag noch! Die meisten sind schon im Bett, sage ich. Um 22.13 Uhr. Ja, Leute, haut rein, Leute! Die Tüme doppelt, haut rein! So! Ich werde jetzt noch etwas essen, Leute. Weg! Weg! Säck! Leck! Lala, tschüss! Lala, tschüss! Lala, tschüss! Lala, tschüss! Lala, tschüss! Lala, tschüss!